Wenn er da mal ankommt, hat er ein Geheimnis. Ein wunderbares Geheimnis. Das weiß nur ich. Nein, ich lege mich jetzt nicht schlafen. Aber... Ha! Und... Ha! So. Aber der Dritt nicht gerechnet. Ich sag's Ihnen, ich auch nicht. Der Koffer ist voller Überraschungen. Aber ich werde Ihnen beweisen, dass das in irgendeiner Form auch geht, weil während die ganzen Mädels im Ballett... ...ops... ...rote Schuhe wollten... ...hab ich gedacht... ...zirber ist besser. ... 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